Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr habt es am Titel gesehen, Trash-Show-Saurus ist mal wieder am Start und zwar hier. Genau, und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen mal mit mir durch diese ganzen Sachen durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die nächste Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar YouTube-Mädels haben sich einfach mal vor ewiger Zeit zusammengeschlossen und ich weiß gar nicht, die wievielte Runde das mittlerweile ist, die vierte oder sowas. Und ja, ein Trash-Saurus, eigentlich ein Trash-Gestartet. Das heißt, ja, du hast halt ein Paket, wo dann jede irgendwie, ich glaube, fünf Teile oder so reingepackt hat oder mehr, waren es zehn, ich weiß es nicht mehr, Mädels, wisst ihr das noch? Und genau, ja, dann hat man sich auch, also man hat erstmal Trash da reingetan, also Produkte, die man selber nicht mehr verwendet, aber wo man denkt, naja, eine andere könnte sich da bestimmt drüber freuen, ne? Und ja, das Ganze hat mittlerweile echt krasse Ausmaße genommen, weil wir auch irgendwie eher alle so unterwegs sind nach dem Motto, komm, ich tue lieber ein bisschen mehr dafür wieder rein, für das, was ich mir jetzt zum Beispiel aus dem Paket rausnehme, als zu wenig, ne? Und ja, wir sind eskaliert. Es ist hauptsächlich Beauty. Ein bisschen Food ist auch immer so mit dabei, dass wir uns so ein paar Naschis auch gegenseitig schicken, was ich cool finde. Geil ist auch bei diesem Paket, wandern immer so kleine Überraschungsgeschichten, wo eine der anderen zum Beispiel was schickt. Also ich habe hier gerade zwei Sachen gefunden, die auf die Reise geschickt worden sind, einfach auch um Versandkosten zu sparen, das Ganze auch irgendwie in einem großen Paket zu haben, ne? Finde ich auch immer ziemlich cool. Und ja, also ich finde es nachhaltig. Falls hier irgendwer gerade zugucken sollte, der sich irgendwie aufregen möchte und sagt, Mensch, ne, könnt ihr das nicht irgendwie einfach irgendwie spenden? Leute, packt euch erstmal selber an die Nase. Und es ist tatsächlich so, dass jede von uns alles tut, was sie kann, um irgendwie anderen Leuten zu helfen. Also jeder macht es halt auf seine Art und Weise, ne? Und ich finde das immer ziemlich unmöglich, wenn man da jemanden, weiß ich nicht, immer wieder versucht zu bevormunden und so, weil es ist ja auch nicht so, als würde uns das Geld aus dem Hintern plumpsen, sondern es ist ja auch so, dass Sachen, die wir auch selber gekauft haben, packen wir in dieses Paket rein, um dann ja auch etwas dafür rausnehmen zu können, ne? Gleichwertiges. Und das ist halt für uns so ein klassisches, wie es damals oldschool gewesen ist, auf dem Bazaar tauschen, ne? Also ich finde es cool. Und gerade, weil es halt immer so viele sind, mit denen wir das ja zusammen machen, also wir sind ja ungefähr zehn Mädels, trifft man meistens den Geschmack von jemandem. Und es kommen immer recht wenig Produkte zu einem zurück. Ich habe mir auf jeden Fall notiert, welche Produkte, also notiert ist gut, ich habe mir da ein Screenshot damals von gemacht, beziehungsweise ein Foto, welche Produkte ich da vor einem Monat, nein, mehr, länger her, wann ist denn das Trash hier sauer ist bei mir gewesen? Ist auch schon eine Weile her, ne? Was ich da halt reingepackt hatte damals. Und das lege ich mir dann gleich nämlich hier nebenan. Genau. Und nehmen dann gegebenenfalls das wieder raus, was halt nicht rausgenommen worden ist. Ich weiß nicht, ob ich euch das Bild einfach mal einblenden kann. Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, interessiert euch, glaube ich, herzlich wenig. Und ja, dann schauen wir mal. So. Ja, ein paar Sachen lagen lose mit dabei. Da habe ich einmal von Douglas Age Focus Cleansing Milk to Oil Care Oil Rose and Beach Butt. Signs of Aging. Ich glaube, das werde ich mir rausnehmen für jemanden, weil das kann man ja auch machen, dass man das nicht für sich selber mit rausnimmt, sondern dass ich mir das zum Beispiel für meine Freundin mit rausnehme, weil das ist einfach ein Cleanser. Und damit kannst du dein Gesicht reinigen. Und vielleicht gefällt das einer von meinen Freundinnen. Und deswegen packe ich mir das direkt mal zur Seite. Eigentlich hätte ich auch gerne dieses Video hier mit einer Freundin zusammen gedreht. Problematisch ist nur, dass sie aktuell leider das große C im Hause hat. Und da, ja, better not. Das hier hatte ich auch selber schon mal da. Das werde ich für mich dann wahrscheinlich gebrauchen. Von Codalie Instant Forming Cleanser. Sehr, sehr geiles Produkt. 150ml. Auch den nehme ich mir einfach direkt mal mit raus. Ist ein schönes Produkt, so zum Double Cleansen. Also, dass du dir im Prinzip erst dieses Produkt übers Gesicht gibst, um das Make-up zu lösen. Dann kannst du das aufemulgieren mit so ein bisschen Wasser und dann halt quasi diesen Schaumcleanser drüber. Ich finde es cool. So, dann haben wir von Elena Thür Beautifying Leaf in Hydrating Hair Mist. Okay, 100ml sind hier drin enthalten. Ich muss ehrlich sagen, auch das finde ich ansprechend. So was kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ich verwende so was immer nach der Haarwäsche. Und, ähm, ja, wenn es auch noch feuchtigkeitsspendend ist. Nö, finde ich gut. Dann habe ich hier was dabei. Das habe ich mir letztens selber erst gekauft, aber tatsächlich in einer anderen Farbe. Das ist, äh, hat eben tatsächlich Maxime Giacomo ein Video so hochgeladen. Ich muss es mir noch angucken. Äh, Nivea Hyaluron Cellular Filler 3-in-1 Hyaluron Serum Foundation in der Farbe 0-2-Mittel. Ich weiß nicht, ob die nur ein oder, nein, nur zwei oder drei Farben rausgebracht hat. Ne, die Geschichte. Ähm, ich habe mir, glaube ich, die 0-1 bestellt. Deswegen, das wird mir zu dunkel sein. Äh. Ja, ich habe ein Tinkerbell-Shirt an. Ist das nicht wunderschön? Ich finde es auch großartig. Dann habe ich hier etwas mit dabei. Und zwar von Mermaid & Me. Mermaid Curls. Curl Defining Cream. Ja, ich habe hier keine, ähm, Locken. Bouncy and Moisturized Hair. Das wird weiter wandern, weil ich, wie gesagt, keine Locken habe. Dann habe ich hier was dabei. Irgendwas zum Essen. Äh, Rocker Smack Tasting. The Original Flaw Powder. Ich glaube, das geht eher so für Geschmack, ne. Ist nicht ganz so meins. Dann habe ich hier auch ein Pinsel-Lose mit dabei. Packe ich gleich in irgendeine der Boxen, ne. Äh, Brave You Bravely. Ne, Be You Be... Nein, Be You Bravely. Das ist auch ein cooler Pinsel. Aber ich mag nicht gerne die Form tatsächlich. Bin ich auch ehrlich. Dann haben wir hier so ein paar Säckchen. Ähm, oh. Was ist hier denn drin? Gold Texturizing Spray Wax. Ui, nee. Ähm, nee. Also verwende ich nicht. Magic Finish habe ich hier mit drin. Porcelain Term Makeup 10ml. Das habe ich selber, glaube ich, noch irgendwo hier. Ähm, dann habe ich hier mit dabei Vitamin C Bright Augencreme. Hm, das finde ich schon wieder interessant von dem Asam. Ich glaube, das werde ich mir zur Seite stellen. Ich zeige euch am Ende mal, welche Produkte ich mir alle insgesamt so rausgenommen habe. Dann von Wunderbrow habe ich hier noch so ein Produkt. Ne, das hatte ich, glaube ich, mal da. Ich komme nicht mit sowas klar. Das ist auch nicht so mit so einem Spoolie, sondern eher mit einem Pinselchen, ne. Das ist nicht ganz so meins. Ach so. Und, äh, Nika von Nikas Beautykiste hatte gesagt, ich sollte mir mal die ganzen Täschchen rausnehmen. Das mache ich doch einfach mal. Kann ich die anderen Sachen, nur wenn die so lose rumliegen und so, einfach in Boxen füllen oder so. Da bin ich immer Fan von. Ich weiß nur nicht. Ich bräuchte hier irgendwie mehr Platz. Gut. Dann habe ich hier noch ein Täschchen. Das ist von, äh, Chante Kai. Da habe ich zwei Produkte drin. Einmal, ähm, Plexcare 2 Restoring Broken Hair Bonds. Ein Conditioner. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das für mich ist. Conditioner. Repairs, rebuilds, reduces, breakage. For chemically treated or magic... Also, hier ist niemand, der, ähm, hier vor allem, äh, also ich färbe meine Haare nicht, ne? Und das ist das passende Shampoo dann dafür. Nö. Das muss nicht sein. Louvers Heilerde Haut, Feinpulver zur äußerlichen Anwendung, zur Unterstützung, zur unterstützenden Behandlung bei Akne, Haut, Muskel- und Gelenkbeschwerden sowie Entzündung. Das ist komplett voll noch. Hm. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber, das muss man sich, glaube ich, irgendwie, äh, anrühren oder so, meine ich, oder? Ja, ich glaube schon. Und da bin ich dann irgendwie zu faul für, muss ich gestehen, leider. Obwohl ich das ganz geil von der ETE her finde. Denn auch von diesem Plexcare haben wir noch eine passende Haarmaske mit dabei. Wahrscheinlich, wenn man seine Haare so richtig blondiert, macht das Sinn, ne? Dann ist das hier noch so ein Shake Powder. Äh, Gym Queen. Gar nicht so meine Welt. Und dann haben wir hier auch manchmal so ein bisschen Deko mit drin. Auch das finde ich ganz hübsch, aber das wird nicht bei mir bleiben. Weil, ja, das passt jetzt so bei mir nicht unbedingt, ne? Also, ich bin jetzt nicht so die Weintrinkerin. Das hier finde ich schon wieder interessant. Das ist ein Glätteisen, ne? Remington Slim Ceramic Strain Straightener. Haarglätter mit Ceramikbeschichtung. Hm. Also jetzt nicht für mich, ne? Ich weiß nicht, ob eine Freundin von mir vielleicht ein Glätteisen braucht. Muss ich nachher mal fragen. Und wenn ja, dann würde ich mir das rausnehmen tatsächlich. Dann habe ich hier noch so ein Täschchen mit drin. Ui, da sind allerhand Gesichtsmasken mit dabei. Da werde ich dann in Ruhe durchgehen. Ja, und dann werdet ihr gleich am Ende sehen, was ich mir davon dann rausgenommen habe, ne? Und vielleicht auch die Tasche. Muss ich dann mal gucken. Ein nächstes Täschchen ist hier am Start. Und das ist halt so ein M.A. Sam Täschchen. Da haben wir zweimal dieses Paper Parfum drin. Das habe ich eine Zeit lang super gerne verwendet, um das zum Beispiel für die Verlosungsboxen zu nehmen. Das hier nehme ich mir raus von We Love, das Lucious Slime. Das ist ein Deo. Da weiß ich, dass ich Abnehmerin bei meinen Freundinnen haben werde. Da habe ich jetzt von hier von iHeart Revolution das Fixing Spray Vanilla und Kokosnuss. Ich mag keinen Kokos. Dann habe ich von We Love, The Planet, auch noch ein Lucious Slime. Hier dieses feste Deo. Aber das sieht genauso wie die, die ich auch öfters mal hatte. Das sieht einfach nicht mehr schön aus, ne? Das hat so Pickel da drauf. Ich weiß nicht. Das werde ich nicht behalten. Und dann habe ich hier von P.A.S. eine Long Cover Fluid Foundation. Covering Foundation with Long Dressing Effect. Könnte funktionieren. Nehme ich mir mal raus. Das nächste Täschchen von Saneo 2 Anti-Blemish Booster Gesichtsserum. Das ist bestimmt mal in so einer Mia-Box oder so drin gewesen. Snow Cool Pink Undertown. Das sieht viel zu dunkel aus. Die Flawless Skin Foundation von Elf. Das habe ich aber in einer anderen Farbe selber da. Huch. Hier ist ein Fussel. Elicia Beauty Illuminateur. Das ist so ein flüssiger Highlighter. Den hatte ich auch mal da. Moroccan Oil. Das werde ich behalten. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist so ein Haaröl. Das ist schön. Und dann von Demeter Anti-Stress Aroma Roll-On von Taua. Das ist auch echt schön. Noch ein Täschchen. Also ich habe noch ein paar Täschchen. Und dann kommen wir gleich zu den Boxen tatsächlich. Hier habe ich von Raven Salona so ein, achso, so ein Towel. Das war, glaube ich, mal in einer Goodie-Box mit drin. Damit kannst du dir so den Rücken ganz gut schrubben, ne? Jo. Ist nicht verkehrt. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Habe ich aber selber, ne? Jo. Das ist ein Super Elter. So ein Parfum. Das mag nicht jeder, weil das so sehr, sehr herb riecht. Das mag ich auch nicht. Ne, mag ich gar nicht. Meins war, glaube ich, ausgelaufen, als ich das, ja, bekommen hatte. Dann habe ich von Unique Nature is Wild and Eau de Parfum. Das muss ich erst mal riechen. Oh ne, das riecht super zitrisch. Gar nicht meine Welt. Ich mag überhaupt nichts Zitrisches. Und dann habe ich hier noch ein Flakon drin. Und was bist du? Von Miro. Das Glam Light Femme. Ich glaube, das habe ich selber schon da. Ist aber ein sehr, sehr geiler Duft. Also das muss ich mal eben kurz checken, ob ich das nicht schon da habe. Ansonsten behalte ich den, weil der riecht sehr vanillig, sehr süß. Aber ich mag sowas. Habe ich tatsächlich nicht da. Wird behalten. So, dann habe ich hier noch ein Täschchen. Und drin enthalten ist einmal von Freiöl, Reinigungsöl und Maske, Cleansing Oil and Maske. Auch das ist so eine Geschichte, die du halt so zum Double Cleansing eigentlich super verwenden kannst, ne. Genau. Also eigentlich praktisch. Dann habe ich hier von Balea Micellen Augen Make-Up Entferner Pads. Auch für wasserlösliches Make-Up. Ist aber überhaupt nicht meine Welt. Also sowohl solche Pads als auch Micellen Gedöns mag ich nicht so gerne. Terra Naturi Q10 2 in 1 Nachtcreme und Maske mit Q10 und Bio Blaubeere für die Haut ab 30. Das wäre für mich geeignet, aber nee, lasse ich jetzt mal weiter wandern. Dann habe ich hier von Physicians Formula Spotlight Illuminating Primer. Das ist dieser hier. Den hatte ich, glaube ich, schon mal da. Ich glaube, der war mir zu trocken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, es fängt ja schon an, dekorative Kosmetik zu geben. Den Essence Crystal Dreams Luminizer. Den hatte ich auch schon mal. Der hat mir zu sehr gekrümelt auf der Haut. Dann habe ich hier so zwei, nee, ein, nein, doch, zwei Lip Liner. Die werden beide weiter wandern. Ich habe letztens erst selber meine Lip Liner krass aussortiert. Das ist beides von Kiko und beides auch so ein schöner Rotton, ne. Was man halt wirklich auch zu vielen Sachen so tragen kann. Aber wandert weiter. Und dann ist hier noch so ein Mägelippenstift drin. King Salmon, also wirklich so ein Lachston, ist auch echt geil, ne. Also könnte ich mir für mich eigentlich auch vorstellen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe auch letztens super viele Lippenprodukte aussortiert, ne. Wenn ich jetzt wieder schwach werde, dann schwierig. Kommt auf ein Vielleichthaufen. Wir sind bei den Boxen angelangt, Leute. Jetzt geht es richtig hart ab. Ja, hier habe ich die erste Glossy-Box am Start. Und da geht es schon direkt los mit Sleek. Da habe ich eine Highlighting-Palette drin enthalten. Ich glaube, das ist die, die wir alle schon irgendwie, ja, in Boxen drin hatten. Diese kunterbunte. Deswegen wird sie natürlich auch nicht bei mir bleiben, weil sie war schon mal da. Aber so eine ganz bunte, die mag ich gar nicht. Etwas, was auch schon mal da war und jetzt auch wieder bei mir bleiben wird, sind diese Viecher gegen Schlupflieder. Habe ich selber ja mal so zugeschickt bekommen, ne. Da wollte sich jetzt keiner dran trauen. Kann ich mir aber auch wirklich, kann ich nachvollziehen. Ich wollte mich auch nicht dran trauen. Dann habe ich hier was von Purelay drin. Das finde ich ja krass. Mahina Club Nailer Rose Gold. Also ein Rose Gold hier, was drin ist auch. Oh, schön. Nein, das finde ich cool, Leute. Hat das vielleicht Anbox Butterfly Nicole hier reingetan? Weil die ist ja auch in dem Mahina Club von Purelay drin. Ich muss mal gucken, was das hier ist. Ist das nicht Kettchen? Oh mein Gott, ist das schön. Oh. Ja. Das ist einmal ein rosé-goldenes Kettchen. Das wird hier bleiben, ne. Das mag ich gerne leiden. Das ist schon schön. Und dazu passend sind hier auch noch Ohrringe drin. Oh. Die mag ich gerne leiden. Das sieht witzig aus mit diesem Trapez da unten dran, ne. Das ist schon cool. Das sind so Stecker. Theoretisch kann man, ja, die Stecker als Stecker verwenden, Claudia. Das war intelligent. Nee, finde ich geil. Wow. Von Catrice. Die ist ein Aqua Ink Lip Liner in einer krassen Farbe. In so einem Fuchsia. Wow. Da komme ich mit der Qualität ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Klar, bei mir bluten die voll aus. Das hier müsste ich selber noch da haben. Das Banana Setting Powder von Bella Pierre Cosmetics. Das ist, ja, ne. Habe ich tatsächlich schon da. Der ist geil, Leute. Nehmt euch den auf jeden Fall raus. Jeweil Love's Me Blur Primer Drops. Den habe ich selber da. Den habe ich, glaube ich, sogar schon zweimal da. Geiles Produkt. Dann habe ich hier von GOSH Lumi Drops. Ich habe immer Angst, dass meine Haut davon zu trocken wird. Also kannst du wahrscheinlich auch als Liquid Highlighter einfach verwenden. Dann haben wir ein paar Monos. Belle Hypoallergenic. Einmal so ein Monolidschatten. Monos trage ich nicht so gerne. Dann Bella Pierre Cosmetics. Da ist hier eine kleine Sammlung von diesen Monolidschatten-Highlightern drin. Und von Sandstone der Infinite Summer Bronzer in Summer Glow. Den habe ich, glaube ich, selber auch noch da. Ist aber, glaube ich, für mich sogar ein bisschen zu dunkel. Keine Ahnung. Ne? Genau. Die sind hier auch noch mit in der Box. Eine Handyhülle. Die werde ich auch behalten, weil die habe ich reingepackt. Ich hatte gehofft, dass irgendwer von den Mädels tatsächlich ein passendes Handy dafür hat. Ich habe es nicht, weil ich habe kein iPhone. Meine Mädels haben es nicht. Ja, das hat sich tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen dann wahrscheinlich zu verschenken oder so rein. Wird sich dann irgendwer darüber freuen, ne? Weil ich habe es selber mal irgendwie in einem Trashy gekriegt. Und dann habe ich hier von Puro Bio die Resplendent Liquid Stardust Highlighter Drops. Die habe ich auch schon mal da. Sind wir ein bisschen zu dunkel. Und von E-Cooking die Self-Clanning Drops haben wir hier auch noch mit drin. Mag ich persönlich nicht so gerne von anderen Marken als von Beauty Mates tatsächlich. Weil, ja, da ist der Selbstbräuner Booster halt etwas, wo ich halt auch schon sehr, sehr positive Erfahrungen mit gemacht habe. Ich mache da nicht nur Werbung für, ich verwende ihn halt auch selber. Und das ist das einzige Produkt, was ich bislang im Selbstbräuner Bereich verwendet habe, was bei mir nicht so umpa-lumpa-mäßig wird. Hier hat die liebe Katrin von Katrins Welt und so die Secret Maske reingepackt, die so Gold ist. Und mit so Magneten kann man dann drüber gehen, um die sich so abzunehmen. Das ist eigentlich geil. Und sie hat die auch reingemacht und hat gesagt, Mensch, Mädels, testet die einfach mal für euch. Und dann packt die wieder rein. Das ist eigentlich eher so ein Scherz, ne. Weil die eigentlich auch so super, super teuer sein soll, wenn man die sich kaufen würde. Ich werde die jetzt auch weiter wandern lassen und nicht hier behalten. Finde die aber eigentlich total interessant. Und würde mich eigentlich auch echt interessieren, wie die so auf meinem Gesicht abgehen würde. Ähm, ja, aber aktuell habe ich da irgendwie nicht so die Zeit für, ne. Da bin ich mit vielen, vielen Dingen so, hm, deswegen wird die weiter wandern. Hier habe ich jetzt was drin. Time to Shine. Das ist so eine kleine Box. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Wahrscheinlich. Eine Colorbox von Shine. Okay, ja. Ja, da geht es um Kolorationen. Nicht ganz so meine Welt. Egal, welche Farbe das ist. Wir weiter wandern. Miss Curly Wax hat einen Online-Shop für selbstgemachte Wachse. Und jetzt, wo sie halt gerade auch tatsächlich zu Hause ist, gerade ihr kleines Baby bekommen hat, ist es für sie eine ganz, ganz coole Geschichte, dass sie halt hier auch ein zweites Standbein hat. Also, da kann ich euch nur empfehlen, mal bei dem Online-Shop vorbeizuschauen. Ich habe mir schon super viele Wachse bei ihr bestellt, weil das einfach eine ganz, ganz mega geile Auswahl ist. Die halten lange. Die sind total klasse und angenehm. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn man hier so reinguckt, dass jeder, die sich irgendwie was rausnimmt, packt dann auch irgendwie so ein Pigment oder so mit dabei, dass sie dann wieder weiter Sachen so produzieren kann. Die meisten von diesen Düften habe ich tatsächlich auch schon hier, weil ich habe auch einen Meltwarmer, wo das immer so reinkommt. Bei uns in der Küche. Und auch im Wohnzimmer tatsächlich. Und deswegen lasse ich das hier auch nochmal, genauso wie es ist, weiter wandern, auch wenn es unfassbar gut riecht. Die Kirsch-Cola. Oh mein Gott. Ja, also, ne, wandert weiter. Mädels, gönnt euch auf jeden Fall hart. Ich finde es total genial, dass Jenny da auch einfach ihr eigenes Business aufgebaut hat. Und ich habe euch das auch natürlich unten in der Infobox mal verlinkt. Hier haben wir eine Vegan-Beauty-Basket in einer Sonderedition. Wird aber wahrscheinlich etwas anders befüllt sein. Und hier haben wir dann auch, wie das von innen aussieht. Da haben wir einmal Erika-Blüten geriebelt drin. Denn, äh, ja, interessant, wüsste ich jetzt nicht, buntes für Auge und Gaumen. Ach so, das kannst du dir quasi so ein bisschen über Getränke, Teemischung, farbige Akzente für in der jungen Küche. Kann man sich so drüber machen. Ja, bin ich zu faul für meistens. Dann haben wir hier so ein bisschen Naschi mit dabei. Lübecker Edelmarzipan. Mag ich leider nicht ganz so viel anders. Ähm, dann haben wir hier eine, ein kleines Täschchen drin. Das ist von der My Little Box tatsächlich. Und da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Teesorten drin. Also, äh, wow. Da sind super viele Teemischungen. Die muss ich mir natürlich mal durchgucken. Und, äh, ja. Wird dann ein paar von rausnehmen, denke ich mal. Dann haben wir hier von Dunatura so ein, äh, ja, Nahrungsergänzungsmittelfieh. Das hatten wir letztens mal in der Box mit drin. Ein Proteinriegel ist hier drin enthalten. Äh, dann so diverse Lindviecher. Die wandern aber auch weiter, weil die alle so bitter, äh, sind. Das Maoam wird auf jeden Fall hier bleiben. Tut mir leid, Leute. Ich kann nicht anders. Ich liebe Maoam. Äh, dann sind hier noch so kleine Waterdropsviecher drin. Die hatte ich mit reingetan. Die nehme ich mal wieder mit raus. So, dann machen wir mal mit dieser Box weiter, die hier schon die ganze Zeit so rumsteht. Das ist eine My Little Box. War jetzt hier mal in der, ja, Rituals Edition. Äh, der ist von mir, der Film. Grinnelwalds Verbrechen. Ähm, ja, den hatten wir nämlich doppelt da und deswegen hatte ich den mit reingepackt. Ich fand es so unfassbar witzig, wie viele dann auch gesagt haben, Mensch, den habe ich mir gerade erst gekauft oder den habe ich mir gerade erst noch angeguckt, ne. Weil das ist schon ein cooler Film. Ähm, auch die hier sind von mir gewesen. Das sind diese Pinselfiecher, also wo man die Pinsel so reinsteckt zum Trocknen. Und, äh, hier haben wir dann noch so, äh, was ist das? Ach so, die kannst du dir hinten so in die Haare machen, um dir so einen Dutt zu machen. Das ist schön, aber nicht meine Farbe tatsächlich. Ähm, und allerhand Pinsel sind hier auch noch drin. Das ist cool. Muss ich mal in Ruhe durchgucken. Ja, selbst hier dieses Blond, ne. Das ist nicht mein Blond. Ich glaube, ich nehme die ganzen Pinsel einfach raus und gucke, ob meine Mädels das, äh, davon was gebrauchen können oder so. Warum eigentlich nicht? Die nächste Box ist eine Self-Connection-Box. Also, dann finden wir mal die Verbindung zu uns selbst wieder ein bisschen. Äh, ui, 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 ui. Das dürfte von mir gewesen sein. Von Kes Berlin ist es nämlich so ein, äh, hm, sieht aber nicht ganz so aus, wie ich das damals reingetan habe. Nee, ich hatte das in einer anderen Farbe, oder? Weil das hier ist jetzt Blush und Highlighter und ich glaube, ich hatte Blush und Bronzer oder Bronzer und Highlighter reingetan. Ich glaube nicht, dass es meiner ist. Ich lasse den jetzt mal weiter wandern. Die Farbe Pink? Nee, das ist nicht meiner. Ähm, dann habe ich von Bella Pierre Cosmetics die Pro Concealer Palette hier drin. Äh, sowas mag ich eigentlich nicht wirklich. Nee, hatte ich auch schon mal da. Ist auch eher so Color Correcting und so. Dann ist das ein False Lash Glue von Revolution. Sowas verwende ich halt nicht. Von Colourpop habe ich hier einen Monolidschatten drin. Den müsste ich reingetan haben. Den nehme ich jetzt auch mal wieder raus. Ähm, jo, ist halt so ein Colour, Schock, Blah, Kupfervieh, äh, Kathleen Lights. Ja, super Schock-Shadow Satin. Genau. Dann habe ich hier noch von H&M Immaculate Compact Foundation. Sehr interessant, aber sehr wahrscheinlich nicht meine Farbe. Wobei, hier steht einer Buster drauf, ne? Ist vielleicht doch meine Farbe? Oh, oh. Ist das so eine Puder Foundation? Ja. Uh. Ja, mit trockener Haut schwierig, ne? Also als Puder vielleicht. Weiß ich nicht, ob das was für mich ist, Leute. Weiß ich nicht. Vielleicht, ja, soll ja eigentlich eine Puder Foundation sein, ne? Hm. Dann habe ich hier von ELF etwas drin. Mint Melt Cooling Face Primer. Da hatte ich damals wirklich drüber nachgedacht, mir den mal zu kaufen. Ähm, ich glaube, den probiere ich einfach mal aus. Weiß nicht, wie der so ist. Dann von H&M. Die Illuminizing Drops sind das. Das ist also quasi Highlighter-Tropfen. Ja, Liquid Highlighter mag ich jetzt nicht ganz so gerne in der Form. Eine viel zu dunkle Manhattan Lasting Perfection Foundation. Ähm, noch ein Mono von Colourpop. Ich glaube, auch der ist von mir gewesen. Nehme ich jetzt auch mal raus. Dann habe ich eine weitere Foundation von Manhattan. Die habe ich, glaube ich, selber sogar da. Äh, in der Farbe 40 Rose Ivory. Ich habe letztens erst nämlich einen Full Face Manhattan geschminkt. Und ich glaube, der war dabei. Der ist auch von mir. Mensch, äh, bei Terry Ombre Black Star. Das ist so ein Augenstift. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass die ein oder andere da vielleicht Bock drauf haben könnte. Jo, ist nicht so gewesen. Schade Schokolade. Ähm, ist aber auch nicht schlimm, ne? Weil du kannst ja nicht immer den Geschmack von jedem treffen. Eine sehr, sehr geile Monolidschattenfarbe von Douglas. Aber ich mag leider keine, ähm, Monolidschatten. Das ist mein Problem. Sparkling Dreams Creamy Highlighter ist das hier von Rival de Loup. Und das war eine schöne Limited Edition. Ähm, und dann habe ich hier ein paar Palettchen drin. Einmal von Sleek haben wir hier wieder eine Geschichte. Soul Sties. Jo, die habe ich, glaube ich, selber sogar noch da. Das ist eine recht bunte auch wieder, ne? Weil Orange, Lila, Gelb. Also ich finde, da geht ziemlich viel farbtechnisch. Die habe ich selber da von Last Blash Cosmetics. Die ist gut, Leute. Auch die habe ich selber da. Die Bare Necessities von Face Zero. Die mag ich auch ganz gerne, ne? Jo. Und weiter geht die wilde Reise mit Chasing Sunsets. Dann suchen wir mal Sonnenaufgänge. Liquid Silk, ein Glanzshampoo von Glisskur. Ist nie weg. Finde ich gut. Kann ich gut gebrauchen. Dann habe ich von Balea Fußbadetabs. Magic is in the air. Auch eigentlich eine echt schöne Geschichte. Die finde ich klasse, Leute. Pupelo & Co. Cosmic Care Color Lock Hair Mask. Rice and Oat Proteins. Dann habe ich hier drin von Santeek. Ein Pure Perfect Ziza. Lichtschutzfaktor 50+. Ist eigentlich ganz geil, ne? Fürs Gesicht und so. Aber ich habe jetzt aktuell ganz gute bei mir zu Hause, mit denen ich sehr gut klarkomme. Dann Snail Hydro Mask. Wow, das ist riesig, Leute. Eine Schneckenhydro Maske. Krasses Wert. Dann haben wir hier mit, oh, süß. Scent of the Day Hand Cream von Tony Moly. Das ist mit kleinen Hündchen drauf. Also das kann ich, das muss ich. Das kann ich. Ich muss das behalten. Mr. Wow. Buch von Mr. Wow. Sammy endlich ankommen. Schaut beim Pelletier Verlag vorbei, Leute. Ne? Die Erstausgabe ist jetzt quasi auf Lager. Ihr könnt euch die jetzt so schnell bestellen. Die ist ruckizuck bei euch zu Hause. Balance Me ist dieses Rose Otto Face Oil. Ohne Witz. Das hatte ich doch schon. Hatte ich das nicht sogar schon hier, als Michelle das mit mir ausgepackt hat? Weil da hatten wir über Rose Otto gelacht. Tatsächlich. Dann habe ich von Saint-Tropez, Self-Ten, Purify, Purity. Was? Vitamins? Also fürs Gesicht so ein Spray. Ne? Dann habe ich hier eine Creme drin. Baby Moon Cream. Stretch Mark Cream. Oh, die behalte ich. Doctorist. Shea Butter, Hagebuttenöl. Das ist doch cool, ne? Das ist gegen Schwangerschaftsstreifen. Ich habe Schwangerschaftsstreifen. Und damit kann man das... Oh, finde ich gut. Niche Beauty Labs. Meins. Dann habe ich hier ein Öl drin. Lavender. Lavendelfußspray. Auch schön. Beatrix Strobel. Wer hat mir geschrieben? Ich muss gleich mal gucken. Ich habe eben in die Mädelsgruppe nämlich reingeschrieben, ob jemand den das Glätteißen haben möchte. Ja, ein Fußspray. Gut, ich mag Lavendel, aber... Muss jetzt nicht unbedingt auf... SVR ist das Sebia Clear Active. Was ist das? Intensive Care Spots Blackheads Antimax. Ich habe aktuell echt eine unreine Haut, ne? Deswegen bei solchen Produkten stock ich dann echt. Aber nee, nee, nee. Mini... Nein, paar Minuten. Gute Laune. Sowas finde ich immer ganz witzig. Spielerische Gesprächsimpulse. Du oder ich. Gemeinsamer Nenner. Weiß ich gar nicht. Soll ich das vielleicht mal mitnehmen? Ich weiß nicht, jetzt für meinen Freund und mich oder ob man das halt irgendwie so Perspektivwechsel... Was ist das denn? Auf dieses Alltagsritual mit dir möchte ich nicht verzichten. Ach, eigentlich ist es ganz süß, ne? Genau. Komm, das nehmen wir auch mal mit raus. Wie gesagt, eine ganz niedliche Kiste. Doch. Doch, doch. Ich meine, das war in irgendeinem Adventskalender oder so mit drin. Ich meine, dass ich das sogar schon mal hatte. Habe ich aber nicht mehr. Wo ist es denn hingekommen? Ich meine es nicht. Ich habe das mal verlost. Von Load & Berry ist das so ein Lippenöl. Das müsste ich selber noch da haben. Und dann habe ich hier noch eine Emma Hardy. Da mag ich den Duft nicht so gerne. Purifying Pink Clay Detox Mask. Also gutes Produkt. Würde ich theoretisch behalten, wenn das nicht so stinken würde. Eine Glossy Box haben wir hier am Start. Time is Treats. Und das hört sich nach dem Nagellacken an. Oh mein Gott, ja. Also hier geht die Party hart ab. Ich liebe Nagellacken, Leute. Kann man nicht anders sagen. Ich schaue mal schnell durch, was ich davon gerne hätte. Ich zeige euch nachher, was ich davon rausgenommen habe. Dann habe ich hier die nächste Box. Es geht munter weiter. Und wir werden immer heiter. Ja, L'Oreal Studio Secrets Professional Universelles Make-up mit... Nein, selbst anpassenden Pigmenten. Auf gar keinen Fall. Das hier habe ich selber letztens aussortiert, leider. You Glow, dieses Tinted. Das ist mir zu dunkel tatsächlich. Dann Born to Glow von NYX. Ist das ein Liquid Highlighter? Habe ich den vielleicht selber reingetan? Nee. Ich habe einen Primer davon nämlich reingetan. Mal gucken, ob der hier noch drin ist. Dann habe ich hier von Melosin. Das Haarelexier ist nicht so geil. Mochte ich nicht. Hat mir persönlich fettige Haare gemacht. Von CC Desert Time. Ist das ein Augenbrauenstift oder was ist das? Weiß ich nicht. Aber ich glaube... Also spricht mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so ultimativ an. Da hat CC ja richtig, richtig schöne Verpackungen. Und das hat jetzt nicht so eine schöne Verpackung, muss ich gestehen. Das ist auch nicht von mir, glaube ich. Essence Prime Plus Studio Poreless and Skin Blurring Gedöns. Translucent Primer. Ist nix für mich. Dann ist das hier von 3 Ina oder Mina The Shadow Paint. Einfach mal so ein blauer Liquid Eyeshadow mit 12 Millilitern. Kriegst du dein Leben nicht auf. Ein richtig geiles Puder. Auch das meine ich letztes Mal mit drin gehabt zu haben. Von Kia T-London. Das Extraordinary Translucent Powder. Richtig schön. Also bei mir funktioniert das Ast rein. Aber ich habe es halt tatsächlich noch da. Icona Milano Rare of Light. Der Illuminating Concealer. Zweimal ist der hier in der Farbe 02 drin. Den habe ich selber da und kann den halt auch selber nur verwenden, wenn wirklich Sommer ist, glaube ich. Also ich meine nicht, dass ich den im Winter verwenden kann, weil dann ist er echt dunkel. Dann habe ich hier Sugar Babe. Matt Lip Butter von Banana Beauty drin. Ist halt matt. Mag ich nicht so gerne. Von Revlon haben wir hier einen Lippie mit drin enthalten. Der ist irgendwie neu. Finde ich auch krass. Farbe ist hier 750. Ist cool. Aber ich habe, wie gesagt, letztens ganz viel aussortiert. High Beam von Benefit. Das müsste ich auch noch da haben. Ist eigentlich ein ganz geiler Liquid Highlighter. Ist aber nicht von mir, oder? Ich bin total verwirrt, Leute. Ich sage es euch die ganze Zeit. Einen Lippie habe ich hier auch noch drin. BW. Äh, BV. Ich weiß nicht, wer ist BV. Oh, Bottega Verde. Okay, das ist so ein Rot-Lippenstift. Oh mein Gott. In metallisch. Nein. Huch. Oh, fällt mir hier auseinander. Hilfe. Äh, nee. Ist nicht meine Farbe tatsächlich. Lacora BB Cream Glow. Ist das in der Farbe hell. Lacora ist, glaube ich, von Aldi oder von Lidl die Marke. Und ich habe einiges da, weil ich wollte auch mal so ein Fullface schminken. Und, wow. Wow. Das sieht aber gar nicht mal so hell aus. Ich glaube, das werde ich dafür nämlich behalten und dann einfach mal ausprobieren. Weil manche Sachen hat das bei uns nicht. Und wir sind ja im Norden. Und vielleicht kommt das ja vom Süden oder so, ne. Verleiht ihre Haut ein frisches Aussehen und ein natürliches Finish. Ich gucke mal. Pack ich mir mal, wie gesagt, zur Seite. Ähm, dann habe ich Look By Beeper. My Skin Adapting BB Cream in der Farbe 020. Ich mag dieses Skin Adapting einfach überhaupt nicht. Ähm, Lassaponaria Like a Dream. BB Cream. Das ist mir zu dunkel. Lässt sich nicht anders sagen. Dann habe ich hier Terra Naturi Shades of Nature Velvet Lipstick. Ähm, Naturkosmetik Lippenstifte finde ich schwierig. Wunderschöne Farbe, ne. Aber der kippt mir einfach zu schnell. Gibt es bei Müller. Hier habe ich Odense Eye. Oh, interessant. Tulipa Kiss Cream Lipstick. Aha. Oh, dunkle Farbe, Leute. Wunderschöne Verpackung. Aber wie gesagt, ich habe letztens so viele Lippenprodukte aussortiert. Ne, ne. Äh, Bene Kors Natural Eyebrow Gel Ash Brown. Eigentlich voll meine Farbe, ne. Nein. Claudia, beherrsche dich. Und nochmal ein Lippie. Adorable von Vibo. Oh. Süß. Gibt es, glaube ich, bei Pink Panda, ne. Da ist so ein Knutsch im Mund drauf vorne. So ein bräunliches Tönchen. Und als letztes von Revolution Pro habe ich auch noch so einen Nude Lippenstift. Wie gesagt, ich habe einiges aussortiert. Ei, ei, ei. Fünf haben wir noch, ne. Hier ist eine Box. Geht echt hart ab. Okay, jetzt haben wir mal die Base Produkte. Ich weiß, dass ich den mal hatte. Life's a Peach von L'Oreal, ne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Farbe... Ja, die waren mir zu fiesigmäßig. Die waren mir irgendwie zu dezent. Ich weiß gar nicht, warum. Warum warst du denn zu dezent? Ja, weil du zu dezent bist. Sieht man ja kaum, ne. Schade. Eigentlich eine schöne Farbe. Ich kriege sie bei Petra. Das ist dieser Beach Rose. Den hatte ich auch schon diverse Male irgendwo in der Box mit drin. Bella Pierre Cosmetics hatten wir eben schon mit dabei. Revolution Vivid Baked Bronzer. Der ist jetzt auch schon ein paar Runden mit am Start. Revolution habe ich so eine kleine Palette mit den Flamingos drin. Auch die kommt mir bekannt vor. Was hat Schatzi denn nebenan? Man muss husten mit der Arme. Ja, eine schöne Blush-Palette. Aber ich habe echt schöne Blushes von Revolution. Sadek & Voltaire. Da ist dieses Täschchen, wo immer wieder ein neues Produkt drin ist. Ich finde das eigentlich immer ganz spektakulär. Das Täschchen hatte ich tatsächlich mal mit reingetan. Ich weiß nicht, soll ich das eigentlich rausnehmen? Soll ich das drin lassen? Ich finde das immer so schön, wenn die Mädels dann dann irgendwie auch so neue Produkte reinpacken. Wie hier zum Beispiel diesen Highlighter. Der ist nämlich echt hübsch von Catrice Glowy Highlighter in der Glow Pearl-Geschichte. Den habe ich selber tatsächlich auch da in der, ja, ich weiß nicht, ob aus der LE oder aus einer anderen oder so. Einer der besten Highlighter, die es gibt von Catrice tatsächlich. Ähm, gibt es auch im Standardsortiment. Ich lasse den einfach mal in dem Täschchen, Leute. Ich finde es wirklich schön. Wenn irgendwer dieses Täschchen haben möchte, nehmt euch das gerne raus. Hier habe ich ein Blush mit drin. Ich glaube von Tease ist das. Sun Kissed Bee Blushes. Den habe ich, glaube ich, auch da, oder? Nee, den habe ich nicht da. Huch, da ist der Spiegel rausgeflogen. Ich versuche ihn mal wieder festzukleben. Äh. Ähm, ja, ist ein Highlighter. Und der ist natürlich viel zu dunkel für mich, ne? Genau. Erinnert von der Verpackung übrigens sehr an, äh, Schaute Kai. Von Face Zero. Diesen Make-and-Moves Blush. Habe ich selber, finde ich klasse. Oriza, ähm, Opaline Flawless Highlighter. Nee, ist mir zu dunkel. Und Emco Beauty, das ist auch so ein Blush-Lighter, Glow-Highlighter, der ist mir auch zu dunkel. Sage Lütgen, also das wird echt ein krasses Video mal wieder, ne? Äh, aber gut, ich spreche auch über so gut wie alle Produkte, dass ihr immer wieder seht, was überhaupt alle so in diesen ganzen krassen Trash-Geschichten drin ist. Ähm, die Witch-Side von Essence habe ich selber da. Dann haben wir hier zweimal Lippenpflege-Feeling-Kokos von Balea. Original verpackt. Eigentlich total cool. Also, ne? Leute, nehmt euch die gerne raus. Also, ne? So cool. Dann von Leni Lash, ähm, haben wir hier künstliche Wimpern. Dann die Feiner Liner von CRT habe ich hier drin. Von, äh, Belle Hypoallergenic Fresh. Color Eyeliner. Das sieht nicht so ganz nach einer geilen Farbe aus, finde ich. CC habe ich hier wieder was drin. Living Colorfully Doublehead Eyeshadow and Sil... Nein, Living Silk. Ich brauche mir was. Ähm, achso, das ist so ein Monolidschattenstift. Ist nicht ganz meine Welt. Äh, was ist dat? Was ist dat? Becca. Oh, Shimmering Skin Perfekter in Spotlight. Ähm, Rose Gold. Das ist ein Liquid Highlighter. Die sind schon geil. Ähm, Kia T-London oder Sea T-London. Die Paletten hatte ich selber schon da. Das ist halt so eine... Habt ihr gar nicht gesehen, ne? So eine rötlichere Palette. Steve Laurent. Das war in so einer Glossy Box mit drin. Diese Wild Schlag mich tot Palette. Das ist diese hier. Eine sehr neutrale Palette. Boah, die Töne habe ich schon zuhauf. Ist aber eine schöne To-Go-Palette. Wer Bock drauf hat, Elegant Touch. Das hier sind künstliche Aufklebenägel. Revolution. So ein Marble, also quasi Farbverlauf gedönsen. Blush. Und dann habe ich hier noch einen original verpackten Sleek Matte Me Ultra Smooth Lab Matte Lip Cream Velvet Slipper. Zieht euch mal die Farbe rein. Der ist krass, ne? Kann man nicht... Also, wow. Das ist ein ganz dunkler Weinrot Ton. Gut, noch eine Glossy Box. Und dann haben wir noch gleich zwei große Vernasche, die wollen Welt-Besnack-Boxen. Das ist so ein Hautanalyse-Gedönsen, dass du deine Haut analysieren lassen kannst. Von Soil, falls du dir dann da eine eigene Creme zusammenmischen möchtest. Terre de Mars 01111. 01111. 01111. Eine Körpercreme. Ich weiß jetzt nicht, wonach die riecht, aber ich habe eigentlich ziemlich viele Body Notions da. Die ist auch schon jetzt öfters mitgewandert. Rönnsbüll, Dänemark. Daycreme Lichtschutz-Vaktor 15, ne? Kommt mir sehr bekannt vor. Eine Peeling-Mask von E-Cooking. Ah, das ist diese Sache. Mach dir keine Sorgen, wenn deine Haut rot wird. Hilfe! Eine Handcreme von Ahava. Datsy Water Mineral Handcreme habe ich schon mal aufgebraucht. Die ist echt pflegend. Die ist wirklich, wirklich gut. Now Bay ist ja auch noch mit am Start. Eine schützende Haarmaske. Die müsste ich auch noch irgendwo in meinen Backups drin haben. Das ist von mir. The Sign Tribe Remove and Chill. Das ist dieses Nagellack-Entfernungs-Creme-Gedöns. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hat jemand Bock, das mal auszuprobieren. Bei mir war das jetzt nicht so die Ultrazeit Ersparnis. Flawless? Was ist das? Weiß ich nicht. Was bist du denn? Kriegt das denn auf? Oh! Ja! Nee! Das ist so ein Rasierer. Nö. Dann habe ich hier was von The Cure drin. Barrier Booster Vitamin D Barrier Drops. Das ist so ein Serum. Yves Rocher Moisturizing Lotion. Jo. Kann man machen mit Aloe Vera. Dann ist hier eine Zahnpaste von Parodontax drin. Die nehme ich mir mit raus. Die habe ich letztens aufgebraucht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her. Aber die ist echt gut. Also, ne. Die ist toll. Ein Hitzeschutzspray von Balea. Ne. Kann man gebrauchen. Dann ein Lichtschutzfaktor 15 von Ilse Jakobsen. Ist ein bisschen wenig fürs Gesicht, ne. Dann habe ich hier von Bianca eine Tagescreme mit Premium Naturkosmetik Traubenkernöl drin. Nicy Capicey. Und Bacto Care Skin Repair Bio... Nein, Probiote Schutz und Pflege. So eine Hautcreme für Mann und Frau. Die tägliche Verwendung bildet eine schützende Hautflora und reinigt tief. Na, guck an. Und, last but not least, auch so ein Klassiker, was wir jetzt wahrscheinlich in vielen Beautyboxen auch finden werden. Von Ultrasund Lichtschutzfaktor 50 plus fürs Gesicht. Problem, ich meine, ja, es ist mineralisch. Was ja eigentlich ganz gut ist, ne. Aber es hinterlässt halt einen krassen Weißkarst auf dem Gesicht. Ich habe gleich meine Mauerns leer. Ich nasch die nämlich immer, wenn ich die Boxen wieder zusammen packe. Das sind nämlich jetzt so die krassesten Boxen, erfahrungsgemäß in diesem ganzen Thrasher Saurus. Denn hier sind Lieschartenpaletten drin, Leute. Wow. Banana Beauty. My BBF BB Cream. Oh. Was bist du denn für eine Farbe? Weiß ich noch nicht. Denn eine BB Cream von Banana Beauty habe ich noch nicht ausprobiert. Mit Lichtschutzfaktor 15. Oh. Light Medium. Ich weiß ja nicht. Komm, ich teste mal so ein bisschen die Farbe. Ob die mir passt. Vielleicht habe ich Glück. Fände ich auf jeden Fall ziemlich interessant, muss ich gestehen. Oh, die ist super flüssig. Krass. Sie ist ja kaum, ne. Hm. Interessant. Ich nehme die mal mit raus und werde die mal ausprobieren, ne. Weil, warum eigentlich nicht? BH Cosmetics Summer Lovin'. Das ist so schade, ne. Dass BH Cosmetics jetzt quasi Chakao sagt. Aber, ich glaube, Revolution übernimmt die ja. Ne. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ähm. Aber ich muss auch wirklich sagen, BH Cosmetics hat ab und an mal Paletten, die bei mir so richtig ins Herz reinhauen. Aber halt jetzt auch nicht jede Palette. Ähm. Die Offline-Palette von Zoeva haben wir hier drin. Das ist so eine Blush- und Highlighter-Palette. Ich glaube, die habe ich auch. Aber nicht ganz so extrem. Also so ähnlich, ne. Habe ich die von Zoeva. Revolution Pro haben wir hier auch noch eine Palette drin enthalten. Das ist eher eine neutrale, ja, neutrale Palette. Rötlicher. Die ist richtig oldschool. Also eine der ersten Lidschatten-Paletten, die ich in der Hand hatte, als ich mit YouTube angefangen habe. Born Awesome. Von Essence. Das war doch so mega krass, weil Macdupe und Hassan nicht gesehen, ne. Da gab es doch irgendwie so ein paar aus dieser Reihe. War mega im Hype. Oh Schatz. Eyeshadow. Super Clarity. Temptation. Spricht mich persönlich jetzt nicht ganz so ultimativ an, muss ich sagen. Die Strobing-Palette von Rival de Loupian. Ähm. Ja. Ne. Auch das ist so eine Face-Palette. Die gibt es, glaube ich, auch von Rival Loves Me jetzt mittlerweile wieder. Die Bronzer-Palette von Elf. Ich kenne die nicht. Was ist das? Okay. Schöne Farben, ne. Das ist, das ist wirklich eine schöne Palette. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so von den Socken. Aber es ist an und für sich eine schöne Palette. Die kann man sich nicht beschweren. Milani. Ähm. Das ist auch irgendwie so ein Stück weit an mir vorbeigegangen. Genauso wie Mesauda Milano. Ne. Most Wanted Outlaw Olive Palette. Ja, so eine Olive Palette. Monika. Ich bin kein, überhaupt kein Fan von Friends. Oute ich mich jetzt gerade negativ? Ich weiß es nicht. Hab da echt negative Erfahrungen mitgemacht. Weil damals in der Schule, als ich gemobbt worden bin, waren die Mobber quasi Fans von Friends. Und haben dann immer diese Serie geguckt. Und das hat mich echt abgeschreckt, muss ich gestehen. Deswegen habe ich mich immer gesträubt, das zu gucken. Ja. Deswegen werde ich mir auch keine Produkte von dieser Geschichte rausnehmen. Steve Laurent haben wir hier wieder drin. Die hatten wir ja eben schon mal. Ne. Die haben wir ja zweimal drin enthalten. Okay. Die Ultimate Glow Getter von Real Her. Die habe ich selber. Die ist schön. Kann man nichts gegen sagen. Ist eine gute Palette. Ähm. Nude. Dude. Von The Balm. Auch das. Lange ist etwas schief gelaufen. Da hat die Lady mich erschrocken, Leute. Wenn ihr meinen Puls spüren könntet, ne. Wow. Bist du so in deinem Redefluss und dann redet die dich von der Seite an. Das ist natürlich süß, ne. Weil du dich hier die ganzen Jungs einmal blankziehen lässt. Was ich eigentlich ganz nice mal finde. Weil das gibt es ja auch von den Mädels, ne. Also dass da die ganzen Frauen sind, wo dann halt die Fännchen auch auf der Hopi und auf der Mumu-Höhe sind. Ne. Aber ich habe echt viele Nude-Paletten. Und The Balm war halt auch mal mega im Hype. Durch dieses, ähm. Durch den Highlighter. Mary Luminizer und keine Ahnung. Habe ich auch selber noch da. Aber irgendwie ist es vorbei, ne. Äh. Turkish Delight von I Heart Revolution. Ob das wohl die liebe Alina reingepackt hat. Frühlingsgulina. Weil die ja so ein Fan von diesen ganzen Paletten ist von I Heart Revolution. Richtig schöne Chocolat-Paletten natürlich, ne. Kannst nichts zu sagen. Die sieht schon krass aus. Die sieht schon richtig gut aus. Also endlich mal eine Palette, die nicht nude ist, Leute. Aber dieser Lemon Ton und Exquisite, die schreiten mich schon wieder ab. Also wenn man diese super groben Glittertöne da drin hat, ne. Dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall die Töne nicht verwenden werde. Und dann ist es mir irgendwie zu schade drum. Wie seht ihr das? Weiß ich nicht. Wenn ihr eine Palette habt, wie viel Prozent der Lidschatten könntet ihr als nicht nutzbar, als okay bewerten? Okay. Dann habe ich hier die Bronze Away to Panama Lidschatten-Palette. Die hatte ich selber mal da. Hier ist das Problem. Die ist wunderschön. Aber die ist langweilig. Weil die hat in der Mitte einen Pop of Color. Die anderen Töne sind öde. Also halt so richtig nude, ne. Deswegen hatte ich meine halt auch damals weggetan. Dann haben wir hier drin I Heart Revolution Sprinkles. Das sind, ja, Frosty Cupcake. Das sind Highlighter. Wow, Revolution. Ja, so eine, ne. So eine Hanf-Palette, genau. Ja, das ist Hanf, Hanf, mega. Richtig schön. Oh, ich liebe es Grün, ne. Ich liebe es. Aber das ist auch Bud, Goddess, Hybrid. Schon wieder so ein lose Viecher. Mag ich nicht. Nein. Nein, nein, nein. Dann habe ich hier die Luvia Meets Maxim Giacomo Palette drin. Leute, die ist geil. Die ist intensiv, aber die ist toll. Ach Mensch, wie kann man die nur wegtun wollen? Ne? Vor allem, weil die ja auch mega limitiert war. Deswegen. Aber gut. Ich habe sie, wie gesagt, selber. Die nehme ich mir wahrscheinlich raus. Love X Laetitia Lemak, die Creatist Palette. Volume 1. Was ist das? Welche ist das? Ach so, nee, die ist das. Nee, dann will ich die doch nicht. Die Volume 2 hätte es mir nämlich angetan. Und die finde ich nämlich noch interessanter. Ja, hier ist auch Blush Bronson Highlighter mit dabei. Ist eigentlich ganz geil, ne? Ja, aber diese Lidschatten, die sprechen mich nicht an. Und die Face Palette von Love mit Laetitia Lemak habe ich ja. Die finde ich gut. Die verwende ich auch gerne. Aber nee. Nee, nee. Die hatte ich auch mal. Die habe ich auch mal weitergegeben. Essence Never Give Up Your Daydream. Auch eine der Paletten, die ganz so Anfang meiner YouTube-Zeit halt auch mega in waren. Die kannst du als Lidschatten und auch als Highlighter Palette verwenden. Wird aber nicht bei mir bleiben. Die war schon mal da bei mir. Die Mauams sind jetzt leer. Kommen wir zur letzten Box, Leute. Ui, ui, ui. Ja, ich habe euch auf jeden Fall jetzt schon eine ganz schön lange, äh, wow, Videogeschichte hier gemacht. Krass. Oha, es geht wirklich weiter hier mit Lidschatten und so, ne? Das ist der Wahnsinn. Daily Dose of Energy von Essence haben wir hier mit dabei. Das ist eine schöne Palette, aber ich mag die Verpackung nicht so gerne. Dann ist es hier die Peach Blossom Palette von Bella Pierre. Eigentlich auch eine coole Palette, müsste ich aber selber auch noch da haben. Bloom Baby Bloom von Essence. Auch das war eine Lidschattenpalette, wo ich heiß hinterher war. Aber auch da ist so ein grober Glitzerton drin, der mich wahnsinnig macht. Ich meine, dass ich die auch selber mal da hatte und aussortiert habe. Pure Nude von Essence. Die Sunlighter Palette habe ich entweder da oder ich habe sie schon aussortiert. Weil im Prinzip kann ich hiervon auch nur einen einzigen Highlighter Ton verwenden, ne? Dann habe ich hier von Bourjois die Poudre Bon Son. Eine Jockey Palette, offensichtlich. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Erinnert mich auch ein bisschen an Miss Lynn. Von Lovely, kenne ich nicht. Pestel Tropics Eyeshadow Palette. Sieht hübsch aus. Und wenn ich hinten sehe, wie das aussieht, dann ist es nicht bunt. Wow. Aber ausschließlich matt. Das ist mir leider zu matt. Ich brauche immer irgendwie so ein bisschen Schimmer mit drin. Ansonsten bin ich nicht ganz so zufrieden. Von Urban Decay, den Afterglow Highlighter in der Farbe Sin. Ich habe den in einer anderen Farbe. Und der ist schön. Weil der, den ich habe, den mag ich nicht so gerne, muss ich gestehen. Hm. Der ist zu gold, ne? Der ist mir zu dunkel. Schade. Sonst hätte ich den gerne behalten. Schade. Wirklich schade. Bella Pierre Cosmetics Highlighting and Bronzing Palette. Auch die hatte ich jetzt schon öfters mal da. Dann geht die Party hoch. Hier weiter. Hier ist so ein kleines My Little Box Portemonnaie. Und Take Me Home von Colourpop. Okay, ja. Das ist halt auch so eine ganz neutrale Palette. Das ist nicht ganz so meine Welt. Also ich persönlich mag es halt lieber irgendwie anders. Knalliger. Von Roxy haben wir hier auch noch eine Palette drin. Die müsste ich aber selber haben. Roxosaurus Colorburst Palette. Es müsste so eine ganz, ganz bunte sein. Die habe ich nämlich mal, ja, von der Zuschauerin geschenkt gekriegt. Und ist mega geil. Kannst du nicht anders sagen. Echt schicke Palette. Hier ist ein schönes Armbändchen drin. Das ist ja süß. Guck mal. Ne? So mit Bernstein oder sowas. Echt hübsch. Dann habe ich hier noch von Kiko etwas drin enthalten. Das ist Lost in der Malfi Maxi Eyeshadow Palette. Ja, die sind meistens nicht ganz so geil pigmentiert, leider. So schön, wie sie aussehen, tatsächlich. Und mir gefällt die Farbkonstellation nicht. For You Studio Yux. Also das gehört zu dem Schmuckstück dazu. Das war ein Reim. Wet and Wild Highlighting Mega Glow. Hatte ich mal da. Finde ich persönlich nicht gut genug pigmentiert. Von Yves Rocher ist das hier ein Duo Pudere Soleil. Einen Bronzer, den hatte ich auch mal da. Mag ich auch nicht so gerne leiden. Dann haben wir von Zoeva die Cocoa Blend Palette hier drin enthalten. Das ist diese hier. Die habe ich, glaube ich, selber da. Muss ich nachher mal gucken. Aber ich glaube schon. Dann habe ich von Love eine The Glorious Deep Metal Highlighting Palette. Eine schöne, schöne, schöne Highlighter Palette, Leute. Habe ich selber. Ist geil. Fruity Pebbles Shadow Palette von I Heart Revolution. Das ist natürlich süß, ne? Wegen den, äh, Jabba-Dabba-Doo. Flintstones drauf, genau. Das ist witzig. Das sind ja geile Töne. Das ist bunt. Das ist richtig bunt. Eigentlich voll geil, ne? Ich habe ja auch jetzt letztens mir die Simpsons Palette geholt. Und hier habe ich eigentlich nichts, was ich dran auszusetzen hätte. Weil eigentlich ist die ganz geil. Es sind runde Pfännchen. Irgendwie ist die geil. Aber ich weiß nicht, ist die mir zu essenstechnisch, ne? Das hier stört mich. Wenn das nicht in Kooperation mit diesen komischen Essenssachen wäre. Wie ist denn hier so ein... Und hier so ein... Wie ist denn hier so die Pigmentierung, Leute, hm? Sagt mal hier. Eigentlich gut. Also halt eine typische I Heart Revolution Qualität. Wie gesagt, ich habe... Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Die Simpsons Palette habe ich mir letztens ja auch gekauft. Und die hat mich sehr, 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 sehr erfreut. Ja, es ist eher pastellig, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Gut ist die nicht pigmentiert. Nee. Nee, nee, nee. Schade. Da sind die Simpsons einfach besser unterwegs, Leute. Tut mir leid. Dann habe ich hier noch das letzte Säckchen. Und das gucken wir uns mal von innen an. Wow. Äh, von Mary Kay, Satin Hands. Die behalte ich, die ist gut. Satin Smooth, äh, verfeindete Shea Peeling. Das hatte ich schon mal zugeschickt bekommen. Finde ich gut. Das ist wirklich klasse. Ja, verwende ich gerne, nachdem ich Selbstbräuner aufgetragen habe. Von Elf. Das ist eine sehr neutrale Palette, aber hübsch. Ähm, das hier ist von Steigenberger Hotels. Ein Duschgel. Ja, guck. Dann haben wir hier von Max & More. Ist das ein Lippie oder ist das ein Concealer? Hey, den Ei. Der sieht nämlich so, ne? Krass aus. Also beides würde mir jetzt nicht gefallen von der Farbe her. The Eyebrow Pen oder The Eyebrow Pen Semi-Permanent von Essence. Ähm, in der Farbe 02 Light Brown. Also da habe ich tatsächlich von Essence welche, die ich bevorzugen würde. Ein Roll-On-Schimmer von NYX. Nee, das ist eher so Monolidschatten-Style. Von Judith Williams. Soft Coverage. Wow, was ist das für eine Farbe, ne? Die hat ja meistens immer nur die eine. Zieht euch das mal rein. Das ist also... Im Dunkeln. Äh, Eye Heart Reve... Äh, nein. Ähm, Eye Heart Color Intensifying von Essence ist das hier. So eine Lidschatten-Base. Die müsste ich selber noch da haben. Von Ila Musca ist das hier Beyond Hydra Veil Rehydrating Gel. Ähm, das ist meistens so ein Schimmer-Vieh, ne? Kannst als Primer echt gut verwenden. Dann haben wir hier noch ein Megalipid drin. Auch das ist eine schöne Farbe. Aber wie gesagt, ich habe letztens so viel aussortiert. Ich muss mich echt zusammenreißen. Und das letzte Produkt hier drin ist von Tarte. Einfach mal ein Blush. Traveled Amazonian Clay 12-Hour Blush. Ja, Traveled ist dann wahrscheinlich die Farbe. Schöne Farbe. Aber ich habe von Tarte tatsächlich super viele Blushes da. Dementsprechend wird das auch nicht bei mir bleiben. Wow! Joa. Er durfte einiges jetzt bei mir einziehen. Das zeige ich euch mal. Also, zuallererst habe ich mir natürlich hier, wie schon angekündigt, den Haufen Pinsel rausgenommen. Und werde natürlich alles mit gleichwertigem ersetzen, ne? Vino Clean hier von Colalie den Schaum. Bio Cura, die BB Cream. Dann habe ich hier dieses Spiel paar Minuten rausgenommen. Das Shampoo von Gliscour. Die Foundation BB Cream. BB Cream von Banana Beauty. Augencreme von M.A.San. Leaf Infi. Dann habe ich hier einen Primer von Elf rausgenommen. Dann dieses geile Parfum von Miro. Dann ein Deo von We Love The Planet. Dann eine... Doch, so viele? Drei? Okay. Von Paz Longwear. Diese Foundation-Geschichte. Pummel und Co. Die Haarmaske. Ciao. Von Douglas. Dieses Cleansing Feed. Dann dieses Gegen-Dinungsfugen. Dann ein Handpeeling von Mary Kay. Ein wunderschönen Nagellack von Manhattan in einer so geilen, changierenden Farbe stehe ich drauf. Das hier ist einfach mein liebster Überlack von Essie Platinum. Dann zwei Nagelfeilen. Kann man auch nie genug von haben. Eigentlich. Pure Lay. Dieses Set habe ich mir von rausgenommen. Parodontax. Diese Zahnpasta. Handcreme von Tony Moly. Moroccan Oil. Dieses Haaröl. Und dann noch eins, zwei, drei, vier Gesichtstuchmasken. Und das war's. Also das... Ja, ich bin auf jeden Fall wieder fleißig gewesen. Fündig geworden. Und werde die Pakete wieder schön befüllen. Ja, und wenn ihr sehen wollt, was ich reingepackt habe, dann müsst ihr bei Nicole Nina Wien vorbeischauen. Denn da geht das Paket zunächst hin. Ja, genau, da schicke ich das Paket dann zu ihr. Und ja, geil. Leute, ich bin ziemlich platt und habe keine Lust mehr weiterzureden. Und in diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tausch- und Trash-Paketen. Und ich glaube, Trash-O-Saurus kann ich hier komplett verlinken als Playlist. Ja, die haben wir doch, ne? Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.